Gut, wir beginnen unser erstes Spiel und verlieren leider den Würfelwurf und haben eine extrem seltsame Hand. Dennoch versuchen wir es zu behalten, denn wir können schon relativ bald wahrscheinlich so einen Angler spielen und spielen gegen Burn. Ist es Burn? Ja, gegen Burn haben wir eigentlich gute Chancen, wenn wir einen Angler rauskriegen. Deswegen, so sieht es nicht so hervorragend aus. Ich spiele trotzdem das hier, spiele auch das und lasse ihn da so ein bisschen gucken. Was wird er machen? Er hat kein nächstes Land, das ist gut für uns, das bedeutet wir haben vielleicht noch etwas Zeit. Ja gut, ich denke wir, boah, das ist eine sehr schwere Entscheidung. Ich glaube ich spiele die Needle und könnte ihn über die Stinkweed Imp etwas locken. Ja, ich denke das passt, denn wir haben tatsächlich ja noch das Land hier, um in der nächsten Runde doch wieder auf 3 zu kommen. Und ich spiele trotzdem auch nochmal dieses, äh, diese Manamorphose für schwarz und rot. Denn, vielleicht, ja doch, schwarz und rot. Rot, schwarz, denn vielleicht finden wir Exume oder, oh, Terminating Voice ist natürlich noch besser. Ähm, welches behalte ich übrig? Ich glaube ich behalte rot übrig. Cancel. Warum kann ich nicht rot übrig? Ah ja, natürlich nicht, es kostet ja rot. Und ich discarde die Imp, so dass ich eigentlich schon einen Angler spielen kann. Ich werde hier einen Dredgen und spiele einen Angler mit Dragon Breath. Sehr gut. Ähm, wir schauen uns den Friedhof an. Das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Und das kommt raus. Und dann bezahlen wir schwarz. Ich werde das Dragon Breath drauflegen. Und denke, dass wir so eigentlich fast schneller sein können als der Burn-Spieler. Nächste Runde können wir tatsächlich noch einen Imp spielen. Was wahrscheinlich nicht großen Unterschied machen wird. Ja, Lightning Bolt erzieht keine Mana nach. Und wir sind in einer sehr guten Außergangssituation. Doch, er zieht noch nach, natürlich. Drei Schaden auf den, ja, sehr engleichs. Wenn ihr jetzt das Fire Blast auf ihn spielt, na gut, spielt er nicht. Das Risiko geht er nicht ein. Und wir haben den Crusher, den wir eigentlich nicht mehr brauchen. Hm. Erstmal Angriff. Und ich glaube, ich werde das Faithless Looting spielen. Und Discard the Crusher Imp, um in der nächsten Runde vielleicht zu Dredgen Exhumed spielen zu können und noch einen Dragon Breath zu haben, um das Spiel endgültig in unsere Richtung zu entscheiden. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, oder das könnte funktionieren. Wahrscheinlich ist so ein schwieriges Wort. Aber es ist nicht passiert. Drei. Hm, das sieht schwierig aus. Schwierig, 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 schwierig. Ähm. Ich würde am liebsten proben. Aber das kann ich mir nicht leisten. Das heißt, ich spiele das Exhumed. Und hole mir den Crusher. Auch wenn es jetzt in dieser Situation eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, pumpe den hier für Rot. Und dann hoffe ich, dass es einfach reicht und er uns nicht in der nächsten Runde wegbrennt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch. Ich glaube, es wäre nicht schlecht gewesen, uns gegen das Dragon Breath zu entscheiden. Wir werden sehen. Also er hat ein Lightning Bolt. Ja, das reicht auf jeden Fall. Jetzt, wenn er noch zwei Burn Spells hat und es Fire blast, dann haben wir eigentlich, ja, haben wir das Spiel verloren. Wir werden sehen. Ich glaube, dass er es gewinnen wird. Er braucht bloß zwei Burn Spells. Incinerate. Ganz knapp, ganz knapp. Aber man hat gesehen, wir haben jetzt tatsächlich einen sehr, sehr, sehr frühen Angler rausgebracht, was uns sehr weiterhilft. Wir brauchen die Probes nicht, die helfen uns in dem Matchup nicht weiter. Wir müssen sehr schnell sein. Mit Burn haben wir eigentlich ein Matchup, das uns nicht so gut gefällt, da wir doch schon ein Stückchen brauchen. Aber wir probieren es einfach nochmal. Der Start war stark. Ja, wir fangen an. Und das ist auch wieder ein, das ist ein klarer Keep, denn wir können tatsächlich mit der Voice, naja, ein klarer Keep ist es nicht, aber wir können zwei Voices spielen und kriegen die Implos. Die ist nämlich besser als das Dragon Breath und das Dragon Fang. Dragon Fangs hätten wir auch noch raus sideboarden können. Das brauchen wir in diesem Matchup nicht. Okay. Rot. Schwarz-Rot. Termending Voice für dieses hier. Und können gleich Dredgen. Seen Looting. Ja, es sieht auch gar nicht schlecht aus. Und können dann nächste Runde sogar das Looting spielen. Ja, es ist okay. Ähm, ist leider etwas zu langsam. Wir können auch das Crevice eigentlich opfern. Ja, Needle Drop ist jetzt nicht so die große Schwierigkeit. Also wir brauchen jetzt eigentlich Crusher. Ich werde es opfern. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh. Das war ein Fehler, denn dann macht es kein Rot mehr. Ähm, puh. Ja, das kostet uns das Spiel. Ja, wie ärgerlich. Ja, dadurch ist unser ganzer Spielplan hier durcheinander geraten. Und wir bieten jetzt auch noch Futter für sein Searing Blyze. Ekelhaft. Ähm. Ja, machen wir trotzdem. Wir haben Dragon Breath drin. Wir müssen, haben Ulamour Crusher. Wir können jetzt versuchen, durch das Looting, ja. ähm, 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 nein, etwas zu finden. Und wir finden es nicht. Also discarten wir die Imp, discarten Dragon Fangs, spielen das Crevice und geben es ab. Er muss 10 Schaden machen und das wird er in der nächsten Runde zweifelsohne schaffen. Oh nein. Wir könnten es doch noch schaffen. Also jetzt sieht es nicht schlecht aus. Ähm. Ne, wir wollen die Imp nicht replacen, sondern wir wollen in etwas ziehen. Okay. Das könnte funktionieren. Ne, das funktioniert auch wieder nicht. Denn wir brauchen mehr Mana. Das bedeutet, wir spielen doch das Terminating Voice. Discarden Dragon Breath. Und müssen den Angle spielen, um wenigstens ein bisschen zu retten. Ähm. 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 Dragon Fangs. Ähm. Yes. Dragon Breath. Yes. Und das hier. Ähm. No. Yes. Und wir werden jetzt wahrscheinlich weggebrannt werden. Wir müssen den Marauder blocken. Er hat drei Mana, drei Handkarten oder vier. Also das müsste er eigentlich reichen. Oh. Ja. Wenn er keinen Fireblast hat, haben wir trotzdem noch die Möglichkeit zu gewinnen, wenn er jetzt... Ja, hat er. Ja, das waren zwei schnelle Spiele. Keine Chance. Gucken wir uns an, ob er vielleicht... Ja, dasstru свой Cat. Und wir können hier ein bisschen Moneyака counter writersk关ter handle dem Pieces. Ups war. Also das war ja auch schon. Sempre kysten. erfanden. Vielen Dank.